und ja bevor ich das starte bevor ich das sehr richtig gut starte wir müssen gleich wirklich was machen ich muss einfach gleich euch das sehen erst mal ich habe den weg zwar gefunden aber ich bin da in die falsche richtung gegangen ich muss mich dann zweimal mit slash kill ja die wisse nicht gehen lassen und ich bin in der wochen zwischen und ja leute und dann wird abgebaut wenn dann hinten da hinten am spon sitzt bis alles bescheid begann erst angekommen und so und damit das kommt eine neue folge von koffer wird das habe ich eben schon gesagt und und ich möchte auch noch mal zum anderen sagen ich habe hier bei koffer 4 sowie bei microsoft akunde sowie bei auch beim microsoft überleben keine facecam anmachen da ich wirklich wirklich mit meinem probate wir müssen sicherstellen so habe ich jetzt auf es jetzt habe ich zwar in blog man go zwar meine facecam angehabt aber ich denke dass ihr in microsoft nicht tun so aber heute was heute dran kommt ist natürlich aber erst mal haben wir noch kohle das ist immer gerne mache ich weiß gar nicht was ich tun soll guck mal das guck mal endlich so ein müllkammer wir haben auch fischen und ja sonst ja und das ist unser problem das tag ist wir brauchen mehr und mehr das heißt wir brauchen erstmal ich habe keinen bauk auf mich zu hören so ich habe auch drei enden was sehr leicht ist aber nicht ja wir sind aber auch irgendwann unser haus dafür möchte ich heute die folge nutzen unser erster bau von unten nach oben zu bauen ich wollte mir einfach so ein schönes plätzen finden und habe mir gedacht dass es hier die fläche ist hier ist auch gleich wasser hier ist ein bisschen hier fläche das wollte ich hier bauen ich wollte einmal einen keller machen und leute ihr kennt mich ja seit irgendwann seit paar folgen ich werde nicht so ein normales haus bauen das habe ich nämlich erzählt nämlich ich werde mit leitern bzw mit wasser aufzu und so bla 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 werde ich erst mal meine base nach oben bauen und einmal nach unten das problem ist das problem ist gerade ist für gerade nach und dass das englisch so leute da ist die sonne ist es gerade um ja okay das war ein bisschen blöd wir brauchen stein und wie kriegt man stein naja aus der mine war als erstes war es mir so viel tausend spitz zacken ja leute ich brauche 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 ich erstmal 2 eisen spitzhacken einmal eine normale achse und ja nun das reicht alles schon und wir wollen aber noch mehr holz also das ist ja die sache ich hätte bestimmt so um die fünf bis sechs folgen daran arbeiten es könnte auch sein dass es auch auf drei bis vier folgen wird und da in der hülle werden wir in der fünften folgen gehen also in der wo wenn ich da mein haus fertig habe wenn wir da in der hülle gehen wenn ich das nicht vergesse bis dahin ist es schon dieses jahr ja wenn ich versuche auf zwei folgen zu machen die spät haben ja also das ist ein plätzchen hier warum auch noch eine schaufel das habe ich auch nicht vergessen aber auch schon sogar schon ein bisschen ist schon alle ja ihr wisst alle bescheid ich habe nicht keine folge aufnehmen zu weihnachten weil es in die behinderten und ich freue mich schon auf weihnachten und ich freue mich schon auf weihnachten naja wer jetzt glaubt ja ihr wisst alle bescheid ich nicht keine folge aufnehmen zu weihnachten weil es in die behindert ist ist alle ich möchte meine ruhe haben ich möchte meine ferien genießen wenn ich nicht genieße dann bin ich diesmal beleidigt und ich kann niemand genießen weil ich spreche heute ein bisschen undeutlich ja ich weiß ich ihm das erst mal von test amt auf sowas aber auch dann ich hab's immer noch nicht bei euch noch ein goldschwärtser und goldschwärts ja in mir sein perfekt ist englisch oder das ist durch haben wir platte 14 ländle naja groß und er waren zu gut aus und wir können aber zwar auch mit einem Rüstungsdinger-Wumser eigentlich auch. Ähm. Ja. Ihr wisst alle Bescheid, was ich dazu sage. Wir müssen auch hier mal den Weg machen. Der Eingang ist irgendwie ein bisschen naja. Ja, ich muss so laut sagen. Einmal geht's hier nach oben. Da kommt hier eine und dann hier. Der ist auch gut versteckt. Ich baue hier einfach nur 10.000 Jahre ab. Ich habe so gedacht, wir brauchen eine schöne Base. Ich habe so ungefähr um die... Also ich werde nur mit Stein bauen. Und warum? Ähm. Erstmal ist das dann Grund. Ähm. Weil Stau... Stau. Stein ist immer so die Sache. Ähm. Ja. Und hier. So nach ungefähr ein paar Newton habe ich jetzt einfach mal zwei Cent. Also beinahe fast drei Cent. Äh. Wir brauchen noch 10. wenn ihr wisst, ich habe schon einen großen Teil abgebaut. Und ja, ich werde die Folge mal ein bisschen kürzen. Ich werde versuchen, nur auf 25 Minuten zu gehen. für den ersten Teil. Das ist nämlich mein Traumhoch. Ähm. Ich mache natürlich auch die Decke ein bisschen. Weil Steinen kannst du eigentlich überall finden. Fast überall. So. Meine erste. Ähm. Ähm. Ich bin gesagt. Ich mache dich auch schon bei den Geist auf. Aber gut, es ist nur Eisen. Ähm. Kein. Gold. Ähm. Gold. Und Effizienz 5 und so weiter. Also alles mit richtig gutem Verzaugung. Und dann kannst du diese Goldspitzhacken für immer behalten. Also ich möchte wirklich irgendwann auch meine Spitzhacken. Beziehungsweise auch meine Rüstung nicht aus Mängchen machen. Das ist ja Quatsch. Aber nur Goldspitzhacken. Und Mängchen hat auch eine Schattenseite, die ihr schon mitbekommen habt. Weil man kriegt dadurch nicht viel Level. Und das ist ein Problem. Ich möchte jetzt auch mal das Dach hier ein bisschen gestalten. Ich habe das Dach jetzt hier. Okay, ich bin der bekloppleste Bauer der Welt. Ah, gut so. Ich hoffe, das wird jetzt nicht. Alles klar. So, meine erste Spitzhacken ist kaputt. Wir haben jetzt insgesamt ganze. Okay, das ist schon ein bisschen sass. Wir haben die ganzen, wir haben fast 5 Steaks durch eine Spitzhacken. Ich hatte eh noch ein paar übrig. Und es ist eigentlich auch meine. Es ist schon mal. Okay, ich mache einfach nur weiter. So, Leute. Weil die erste Nasche einbricht. Also, Leute, ich habe schon was Gutes getan. Leute, ich baue das hier noch den ganzen Klumpe ab. Damit das auch schon alles frei ist. Vielleicht werde ich ja auch mal meine Bearbeitung. Ich möchte hier auch was bauen. Also, darum nutze ich das ja aus. Dann wird auch die nächste Folge eine lange Folge. Wir bauen dann noch Holz. Fangen schon an. Und, ja. Aber wir bauen eigentlich auch nicht die Erde. Ich kann es mal farbfützen. Äh, also. Oh, das war ein Vierer. Oh, das war so ein Vierer. So, pass auf. Okay, das hat so geklappt von mir. Wo ist aber hier auch mal alles durch. Leuchten. Auch hier. Ja, auch. Hier hätten nichts kommt. Ja, aber keine Kohle. Hier, ich bin von mir. Ich bin von der Katobahn. Okay. So, und dann legen wir uns doch dein Ernst. Was denn? Also Leute, das ist eine Unverschämtheit. So. Jetzt geht es weiter. So Leute, da sind wir wieder. Sie haben bestimmt noch jemanden auf mich vermisst. So. Wir machen ja auch das, als ob das nur gut ist. Mach ja auch. Wir bauen einmal das Ding. Wir bauen das hier einfach mal hier ein bisschen zu. Wir hoffen noch mal ein bisschen Kohle. Und nach ein paar Minuten sieht das so aus. Also Leute, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben fast 8 Stacks. Und ich bin sowas von gut, dass wir hier so einen kleinen Tunnel haben. Ich habe auch noch mal hier ein bisschen was gebessert. Und das muss hier ab. Ich möchte einfach einen guten und sicheren, was hier nicht gelingt. Okay. Okay. Das machen wir gleich. Okay. 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 So. 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 jetzt das eifermann sei einfach alles zerstören können das mache ich nicht wirklich schön dass ich sowas machen und damit möchte ich an dieser stelle das lieben ich meine leiter leute gestern also ich spreche für mutter also gestern das ist gestern auch verzehrt keine show draus kam ich kann nicht dazu und ja ich weiß ich vergesse öfters sehr gute sachen und sehr gute videos die für mich sind wichtig sind auch gerade aufrufen und so ja ich bin wirklich gerade wirklich ja weil ich schreibe mit glasarbeit und mutter vom buch sein und ich ja nicht so schlecht ist wie wenn ich euch zu fallen lassen leitern abkommend habe ich ja gerade gesagt haut rein und